Du siehst schräg aus. Du siehst schräg aus. Du siehst schräg aus. Hierfür wird mehr als ein Handabdruck notwendig sein. Ich brauche Strom, wenn ich diese Torpedos benutzen will. Du siehst schräg aus. 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 Okay, Strom ist schräg aus. Du siehst schräg aus. Du siehst schräg aus. Okay, der Strom ist schräg aus. Du siehst schräg aus. Du siehst schräg aus. Vor sechs Minuten. experimentierten 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 sie in Edonia an Menschen. Es geschah aus. ich weiß, dass sie schräg aus. Ich weiß, dass sie schräg aus. Also liegt es schräg aus. Also liegt es schräg aus. Ich weiß, dass sie 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 schräg aus. Alles, was sich mir in den Weg stellt. Und der Virus macht das immer wieder. Sprech, antworten. Okay, der Strom ist da. Hüllenbruch bei 2500 Fuß Tiefe. Sprechen Sie Ihre Antworten ins Mikrofon. Identifizieren Sie sich. Bin gerade beschäftigt. Später. Kennen Sie Ihren Namen. Na schön, bitte sehr. Ada Wong. Motto ist Ihre Überverzeichnung. Miss Wong. Vor sechs Monaten experimentierten Sie in Edonia an Menschen. Es geschah auf Simmons Befehl, aber Sie folgten ihm wildlich. Wie wollen Sie Ihre verbrechenden Söhnen? Nette Geschichte. Aber werfen wir einen Blick auf die Fakten. Ich arbeite nicht für Söhnen. Und ich habe nichts anzusehen. Autorisierung erfolgreich. Ich weiß alles über Sie, Miss Wong. Alles. Ich weiß, wonach Sie sich sehnen. Globales Chaos. Habe ich recht? Wenn Sie mich so genau kassen, wissen Sie das doch. Globales Chaos? Da habe ich ganz andere Wünsche. Aber das würde Simmons quälen. Also liegt es gar nicht so fern. Autorisierung erfolgreich. Perfekte Antwort. Jetzt zur letzten Frage. Sind Sie bereit? Einen Moment. Jetzt bin ich dran. Wer sind Sie? Gut. Autorisierung erfolgreich. Ich muss Ihnen nicht antworten. Meine letzte Frage. Was bekämpfen Sie? Alles, was ich mir in den Weg stelle. Und der Virus macht das immer wieder. Die Antwort gefällt mir. Identifikation abgeschlossen. Miss erwartet Sie. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Autorisierung abgeschlossen. Entriegelung startet. Gut, dass das vorbei ist. Gut, dass das vorbei ist. Irgendetwas gefunden. Eine sechs Monate alte Aufnahme. Dann hat sich die Reise ja gelohnt. Was denn? Sie wissen immer noch nicht, was los ist. Ich erkläre es Ihnen. Morgen trifft ein Bioterrorangriff die Vereinigten Staaten. Danach wird China und große Städte auf der ganzen Welt dasselbe Schicksale eilen. durch die Hand von Niu-Umbrellas, Ada Wong. Wenn Sie glauben, dass ich für Sie den Sündenbock spiele, Simmons, haben Sie sich geschnitten. Sie sehen, dass Sie den Sündenbock spielten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017